Ich hasse Gift. Hier macht man wieder Einfluss auf den. Es fickt uns Reihe ja noch irgendwann ab und macht uns alle tot. Das wollen wir ja nicht. Doch, Reihe dreht irgendwann durch. Sieht doch dabei, der Wertige bei der Beschreibung. Wandelt in einem Flieger, dreht irgendwann durch. Dreht langsam durch oder so. Man muss immer vorsichtig sein mit der Reihe. Der wird nie wieder Wertiger machen, wenn er erstmal bei uns im Team ist. Nee, der macht nie wieder Wertiger, wenn er nicht im Team bleibt, ganz einfach. Vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen bis Gavi, wenn wir zwei Pekko haben. Aber sonst, nö. Dafür ist er echt zu schlecht. Nina macht... Nina gibt Vitamine an Reihen, ja. War eine sehr gute Wahl. Die sind voll hoch, es geht. Ja, Hü. Ich meine ja, Hü. Wir, er ist ja auch ihr. Also es ist wir eigentlich nur Hü. Alter, ist gut. Nein, 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 nein. Wir wollen doch hier schön durchdrehen. So, Nina macht... Ja, sie halt mal... Sie halt wieder Reihe. Reihe ist cool. Ach ja. Der Kampf ist einfach, finde ich. Und Reihe ist tot. Oder auch nicht, ey. Schwierig, gleiche Wunde. So. Was haben wir denn da schönes? Ach, juhu. Doch, 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 doch. Deck ist er. Oh, doch, 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 doch. Oh, doch, doch, doch. 4 dp. 1000. Nina hat ein Level-Up. 6 mp ist gut. Hast du genug, du Tigerfreak? Ja, die ganzen kleinen Sachen machen wir jetzt gleich noch kurz. Hat er wieder Hü hat? Hü hat er, nee, Hü hat keins, nur Nina. Die Macht der Brut. Wo war das hier mit einmachen im Video? Ja. Ja, ich meine, und ich fett mir das gleich wieder voll. Wir hatten nur vor 40 Minuten was. Ja, wir hatten nur vor 40 Minuten was. Ja, das sind... Das geht übel schnell. Ja. Ja, ich geh bis zum Berg. Ich meld Nina schon mal bei Dings an. 3 auf dem Hinweg schon. Ja, ich kann schon mal da, was wir jetzt machen im nächsten... Also, während wir quasi die Festplatte leer räumen erstmal ein bisschen. Also, Parts hochladen, konvertieren, je nachdem. Werden wir erstmal Nina nebenbei bei Imitai anmelden, den wir vorhin schon getroffen haben. Und 3 bei Bunyan. Und gar bei Fahl, ja, wenn wir da hinkommen, werden wir gar bei Fahl anmelden. Und dann, ja, werden wir... Dann werden wir dann, ja... Dann sehen wir uns dann da wieder dann, ja... Hm, ne? Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Weil ich werde nächstes Mal einfach so weiterspielen, ohne groß zu sagen, was wir gemacht haben. Aber schon mal so ein kleiner Blick in die Zukunft. Wir werden bald angeln müssen. Eine ganze Menge. Ja, ich weiß nicht. Das wird man vielleicht machen, wenn wir beim Stahlstrahlen wieder sind. Ja, es kommt alles noch. Die Story wird eigentlich jetzt erst richtig interessant, weil... Ist einfach so. Ja, jetzt kommt langsam alles ans Licht, was damals gefehlt hat. Alle, die das Spiel noch nie gespielt haben und jetzt sich immer noch fragen, was los ist und was passieren wird. Ich könnte euch mit einem Satz den ganzen Spaß versauen. Ich könnte euch jetzt mitnehmen, Lina und Rai, bei denen kommst du nicht richtig vor. Ja, die bleiben da. Boah. Ja, das mach ich noch kurz. Ich melde jetzt mal Lina kurz bei Emita an. Lina wirklich? Okay. Der kleine Betrüger mit seiner Tochter. Nein. Vielleicht ein anderes Mal, ja? Okay, auf Wiedersehen. Nochmal kurz ins Fede aufschauen und dann... Ja, wir haben vielleicht bei Gelegenheit noch ein bisschen Rai und Lina an das Einkleiden beim Schwarzmarkt. Wahrscheinlich. Mal gucken. So, irgendwas Neues. Nichts Neues als Schwarzbrett. Große Aktion. Okay, dann... Camp. 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 Da, dadadada, dadada, dadada, wir haben Rai wieder! Okay, Leute, also dann bis gleich.